So und ganz zum Schluss noch mal die fünf wichtigsten Punkte zum Supervised Learning. Supervised Learning ist das gängigste Lernverfahren im Machine Learning. Die Idee kommt tatsächlich von unserem menschlichen Lernprozess. Denk mal an die Mutter, die ihrem Kind was beibringt. Sie zeigt auf einen Hund und sagt Hund. Sie zeigt auf eine Katze und sagt Katze. Genau das ist das, was Supervised Learning Modelle machen. Das heißt, das Training passiert im wiederholten Zeigen dieser Daten und auch der entsprechenden Antwort. Und das Modell muss dann am Ende das Muster aus diesen Daten erkennen. Wichtig ist vorher eine Test-Set abzuspalten, damit die Performance auf einer ungesehenen Daten-Set validiert werden kann. Und nicht zu vergessen, es gibt auch Herausforderungen, die man bewältigen muss. Nämlich das manuelle Labeln der Daten. Das kann wirklich ins Geld gehen und kann sehr lange dauern. Und auch die Gefahr des Overfittens. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Aufgabe für dich. Ich habe zwei Beispiele. Da sagst du mir mal, ob das eine Klassifizierung oder eine Regression ist. Das eine ist das Erkennen von Straßenschildern. Das heißt, das Modell bekommt ein Bild von Straßenschildern rein. Du musst dann erkennen, was ist das für eins. Und das zweite Beispiel ist, dass du ein Modell entwickelst, was die Wahlbeteiligung für die nächste Wahl vorhersagt. Zu beiden sagst du mir, ist das eine Klassifikation oder eine Regression. Dann sagst du mir zusätzlich, was sind die Eingabedaten und in den Eingabedaten, was sind die Eingabe-Features. Wenn keine Features bespezifiziert sind in der Aufgabe, dann denkt man drüber nach, was könnten denn für Features sein. Und was sind die Ausgaben dieser Modelle. Das sind die Aufgaben für dich. Schreib mir die Antworten gerne in die Kommentare.